Musik Hallo Hier ist Rupert aus Göttingen, via Bildtelefon Da oben links Wie heißt du? Rupert Rupert? Rupert, ja Hast du, äh, Eifried war dein Name, gell? Ja, ganz genau Was hältst du denn von Kunst? Warst du schon auf euren Dokumenta dieses Jahr? Bitte, wie du bist nochmal? Schönen Abend Wie bedacht? Schönen Abend Ja, schönen Abend, nett, was warst du auf der Dokumenta? Ja, der ist jetzt noch einmal Ja, der ist Stefan Ja, hallo Stefan Ja, hallo Woher kommst du denn? Aus Stuttgart Oh, Stuttgart Ja Und habt ihr auch eine Meinung zu Kunst? Und was macht ihr jetzt noch so? Wir probieren gerade mit... Wir gehen gleich auf Tour Aha Wir blenden nochmal was ein und würden uns dann gern mit euch über dieses Kunstwerk unterhalten, was ihr davon haltet Mal gucken, was jetzt kommt Oh Gott Schöner wär's, wenn man das Ganze noch in pink anstreichen würde Ja, pink Also Sie können damit das anpacken Ja, sicher halt doch Oder? Ja, das ist ein Toilettenhäuschen In dem mittels einer Rückkopplung dieser Ton, der da oben rauskommt Ähm Also ich würde es auf blau streichen Ist noch einer da? Ja, wir sind da Was hältst du denn von dem Kunstwerk, was wir gerade eingeblendet haben? Ja, guten Tag Kann mich da jemand hören? Also ich würde es lieber blau streichen Ja, warum blau? Warum nicht rosa? Also da war so ein Typ, der wollte das rosa streichen Ja, aber blau finde ich irgendwie schöner zu dem Heuchel Ja, das ist gut Und was noch damit machen? Ich würde es noch gestreift an Ich würde es noch gestreift an Ich würde es noch gestreift an Wo kommen die denn jetzt her? Ich würde es noch gestreift an Ich würde es noch nicht Schaume Ich würde es noch GPS Ich würde es noch jemand ich würde ich